Ein hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einem kleinen Umfrage-Video auf meinem Kanal. Und ja, worum geht es? Im Titel könnt ihr es sicherlich schon lesen. Es geht um meine eigene GTA-Crew. Ja, und ich habe da einfach mega Lust drauf. Ich bin momentan ja in der GTA-Crew von Beam. Und da werde ich auch drinnen bleiben, einfach weil es die erste Crew war. Aber ich würde halt unglaublich gerne auch meine eigene gründen. Und da seid ihr jetzt einfach gefragt. Ich dachte mir eigentlich gerade, komm erstellst du die Crew, Alex. Und dann haust du raus, dass ihr beitreten könnt. Aber nein, ich werde es anders machen. Ihr dürft erstmal selber entscheiden, wie diese Crew überhaupt heißen soll. Wie das Motto vielleicht lauten soll. Und sogar wie die Crew Rangtitel sein sollen. Da könnt ihr einfach eure Kreativität ein bisschen freien Lauf lassen. Ein eigenes Emblem werde ich mir noch aussuchen, denke ich mal. Da gucke ich mal, was es da so gibt. Und nun ja, auf jeden Fall. Ich hatte jetzt erstmal als Idee, mich Stars of the Night zu nennen. Der Klantek wäre dann S-O-T-N. Und ich bin aber natürlich offen für andere Vorschläge. Das Motto habe ich jetzt einfach mal geschrieben, Chaos und Heist-Missionen. Und bei den Rangtiteln habe ich jetzt nur die ersten vier Stücke bearbeitet. Aber da geht es darum, dass ihr das jetzt eigentlich macht. Weil, um es kurz zu erklären, worum es in diesen Rangtiteln überhaupt geht. Diese Rangtitel sind dafür gut, dass wenn ihr in GTA Online, sag ich mal, Rang 1 habt bis 10, dann heißt ihr halt sozusagen in meiner Crew Neuling. Und wenn ihr dann Rang 11 werdet, würdet ihr dann Anfänger heißen. Das sind jetzt nur Sachen, die ich mal beispielhaft eingegeben habe. Und jetzt ist es aber so, dass ihr doch bitte entscheiden sollt, wie diese Rangtitel heißen. Und das heißt, ihr könnt jetzt einfach mal in die Kommentare schreiben, Rang 1 bis 10 soll so und so viel heißen. Rang 11 bis 20 so und so weiter. Also einfach mal von Rang 1 bis 100 wirklich mir diese, ich glaube, das sind jetzt 10 unterschiedlichen Namen aufschreiben. Und die besten davon, die werde ich dann natürlich auch, sag ich mal, nehmen. Und ihr könnt mich natürlich übrigens gerne im Social Club adden. Da heiße ich Nightmarea, wie soll es auch anders sein, ne? Und nur damit ihr das schon mal wisst. Auf jeden Fall, ich freue mich jetzt auf eure Vorschläge. Wie gesagt, einfach mal einen Crew-Namen reinschreiben. Dann den Crew-Tag, die Abkürzung. Von mir aus noch das Motto, das kann ich aber auch selber machen. Und den Crew-Rang-Titel, lasst euch da einfach ein bisschen Zeit für, wenn ihr möchtet. Ich werde das jetzt erstmal eine Zeit lang laufen lassen, das Video. Und ich freue mich wirklich wahnsinnig auf eure Vorschläge. Und ich hoffe, da kommen einige zusammen. Bis dahin verabschiede ich mich, wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen.